Willkommen zu einem neuen Testvideo, Essensvideo. Wir haben jetzt hier die Currywurst Style Chips Frisch von Funny Frisch. Im Test die Zutaten erspare ich euch lieber. Sonst war das ein längeres Video. Wir riechen mal an der Tüte. Riecht schön nach Curry. Okay, wir testen die jetzt. Oh, sind ordentliche Chips mit schön gewürzt auf. Ja, riecht nach Curry. Beim ersten Chips kommt leicht Curry raus. Leichter Currygeschmack. Ja. Sind auch ein bisschen sehr wenig vom Gewurzgehalt, obwohl das hier so ordentlich mit wahrscheinlich Currygewurst dran ist. So, jetzt kann man das sehen. Hm. Hm. Ja. Kann man gut essen. Und die Putzsinn. Hm. 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 selbst mit einer handvoll chips wie man gerade gesehen hat riechen die finger nun nach curry geschmack ist leider sehr flach geschmacklich könnt ihr mich leider nicht überzeugt also sorry dafür die sind leider nicht gut kann man gut snacken wenn man auf curry steht jetzt kommt eine leichte schärfe durch durch das curry aber wurst schmecke ich da nicht raus die sind leider nicht zu empfehlen